Musik Ja, eigentlich wollte ich ja gerade einen neuen Block drehen, beziehungsweise damit starten. Und wir sind unterbrochen worden. Von der Mutti. Ja, im neuen Block wird es darum gehen, aktuell angepasst auf die Jahreszeit jetzt gerade. Wir machen das Thema Selbsthackmontage, weil wir im September eigentlich überhaupt gar keine Zeit haben, den Fisch ziehen zu lassen. Weil die so drauf dübeln, dass das Ding eigentlich nach 5 Meter Schnurabzug inhaliert ist. Ja, und wie wir das Ganze machen, das zeige ich euch gleich, weil es hat gerade gepiept und ich glaube, ich habe schon wieder einen. Ja, herzlich willkommen zur neuen Deadbait-Saison. Ich hatte es ja eben schon mal probiert, aber jetzt klappt das. Wir sind gerade nicht im Weißfenster drin. Und ja, Thema! Der gefährliche September und der gefährliche Oktober zum Saisonstart. Deshalb so gefährlich, weil jetzt in dieser Zeit werden die meisten Fische verangelt. Das liegt hauptsächlich daran, dass die Fische halt noch voll im Stoffwechsel sind. Das Wasser wird gerade langsam kälter und die dübeln so was von auf die Köderfische drauf, dass ihr so gut wie keine Zeit habt, den Anschlag zu setzen. Und Anfänger und leicht fortgeschrittene, ungeübte Leute haben so gut wie keine Chance, da an der Operation dran vorbeizukommen. Ihr habt ungefähr 10 Sekunden Zeit, wenn der Fisch beißt, dann ist so eine Makrele weg. Und zwar komplett. Das ist jetzt eine Anköderart, habe ich euch jetzt gezeigt, die ist für Ende Oktober. Ja, das ist schon Ende Oktober haarig. Jetzt im September geht das gar nicht. Der Haken muss hier hin oder am besten nur ein Drilling fischen. Sollten wir jetzt übernachten im Zelt, so wie ich es gerade mache, dann machen wir nur ein Drilling in die Schwanzwurzel, weil ich einfach schon mindestens 10 Sekunden brauche, sagen wir mal großzügig 15, wach werden, aus dem Schlafsack rauskommen, zur Route hinlaufen, Anschlag setzen, dann guckt vielleicht noch so ein Stück von der Makrele hinten aus dem Hals raus. Ja, das ist definitiv Fakt. Das hatte ich jetzt bei über 10 Fischen so. Und tagsüber kann ich dann noch einen zweiten Drilling setzen. Den rutsche ich aber noch ganz kurz hier hinten in das letzte Drittel mit rein. Dann habe ich jetzt halt zwei sehr stark nebeneinander. Ja, ist nicht schlimm, aber ich bin, wenn ich jetzt gerade nicht im Bett liege, ein bisschen schneller. Und wir fischen jetzt gerade auch ein bisschen anders, wie ihr das so kennt. Und halt zwar mit der Selbsthackmethode, tagsüber sowie nachts. Wie das Ganze funktioniert, erkläre ich euch eben. Wir ziehen uns ungefähr, ja, Routen haben 360 bis 390. Wir ziehen uns ungefähr eineinhalb Mal Routenlänge Schnur von der Rolle runter, klippen die an der Rolle in den Schnurclip ein, spulen das Ganze bitte auf, öffnen dann nach Spannung der Schnur den Schnurfangbügel, hängen den Swinger ein oder wir drehen einfach die Bremse vorne an der Rolle auf. Wenn der Fisch den Köder jetzt packt, das geht relativ schnell. Die packen den mit dem Kopf voran, ja. Der erste, also Meterhecht hat ungefähr einen Maul so groß hier wie die Hand so von der Breite. Der packt den einmal, dann ist hier der zweite Drilling gerade noch weg. Dann packt der zweite Mal nach, dann ist er direkt weg. Und dann packt er maximal noch ein drittes Mal, dann ist die ganze Makrele weg. Und dann fängt er an los zu schwimmen. Wir haben im September und im Oktober ganz viele Bisse, wo wir ein, zwei Pieper reinbekommen und der Hecht an der Stelle stehen bleibt, den Köderfisch frisst und erst dann weiter schwimmt. Das ist das Gefährliche am September und am Oktober. Und wer dann auch denkt, jetzt kriege ich einen Biss und jetzt lasse ich ihn erstmal noch ein paar Meter ziehen, der hat komplett verloren. Und das musste ich euch jetzt einfach mal erklären, bevor das bei einigen Leuten in die Hose geht. Und das wird definitiv in die Hose gehen. Das sind einfach 20 Jahre Erfahrung, die man so mitbringt, wann man wo den Anschlag setzen muss und wie man das tiefe Schlucken umgeht. Da kamen etliche Fragen rein, weil da viele immer wieder Probleme mit haben. Und gerade jetzt ist das halt eine super gefährliche Zeit. Rutschen wir mit der Jahreszeit weiter nach hinten, dann rutschen wir mit dem zweiten Drilling immer weiter nach vorne. Ende Oktober haben wir ihn hier so ein bisschen mittig und Januar, Februar haben wir ihn schon hier vorne im Kopf. Ja, weil wir einfach, die Fische werden langsamer mit sinkenden Temperaturen und wir haben einfach viel viel mehr Zeit. Die nehmen den Köder viel viel vorsichtiger und wir haben viel länger Zeit den Anschlag zu setzen und den Fisch trotzdem noch sicher im ersten Mauldrittel zu haken. Wie das Ganze mit dem Selbsthaken funktioniert, zeige ich euch gleich nochmal. Ich werde das Pott nochmal hier vorne eben aufbauen und euch das demonstrieren. Ja, und dann war es das eigentlich schon zur Selbsthakenmontage. Einen guten Fisch haben wir schon gefangen und ich denke mal, dass da eventuell noch ein oder zwei hinterher kommen, weil die beißen fast immer zu den selben Tageszeiten im Moment und dann mache ich euch den Fisch einfach wieder mit rein. Ansonsten erstmal bis gleich. So, ich habe jetzt hier mal meinen Pott aufgebaut und zeige euch jetzt mal, wie das mit der Selbsthakenmontage funktioniert. Das ist eigentlich total simpel, aber absolut effektiv. Wir öffnen nach dem Auswerfen den Schnurfangbügel, ziehen uns hier die Schnur ab. Ungefähr eineinhalb Mal bis maximal zweimal Rutenlänge, so. Wenn sie jetzt nicht abspringen würde, die Schlagschnur, die gute. Jetzt klemmen wir uns hier an den Clip die Schnur ein. So, jetzt ist sie drin. Dann schließen wir die Rolle und kurbeln ganz normal wieder auf. Dann machen wir den Bissanzeiger scharf, hängen unseren Swinger ein, machen den Bügel wieder auf und haben jetzt die Route scharf gestellt. Ich führe meinen Teil fisch ihn selten, so knapp drunter. Ich lasse ihn aufgrund der Vorwarnzeit, wenn die ersten zwei Pieper reinkommen, ein bisschen weiter gerade drunter. Dann habe ich ein paar Sekunden, wo er ihn mir hochzieht, um zur Route zu kommen. Jetzt kann der Fisch die Schnur abziehen und würde jetzt in die Selbsthakung reinlaufen. Und ab jetzt müsst ihr dann halt schnell sein, zur Route kommen. Dann setzt ihr nochmal den Anschlag nach und dann klippt ihr ihn eben wieder raus, schließt den Bügel und fangt an zu drillen. So einfach ist das. Klappt hervorragend, kann ich sogar im tiefen Winter fischen, wenn ich ungefähr raus habe, wie lange die Fische brauchen, den Köder aufzunehmen, dass ich sie sicher im ersten Drittel hake. Kann ich selbst im Januar, Februar mir noch in etwa die Lauflänge einstellen, bis ich den Fisch sicher vorne gehakt habe. Ja, was soll ich sagen, war fast auf Ansage hier. Guck mal, ob er artig ist. Der Wahnsinn, was hier abgeht. Der Wahnsinn. Mann, 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 Mann. Und wieder mal gemäht hat. Ich weiß gar nicht, ist das schon der fünfte oder der sechste? Ich zähle nicht mehr. Guckt euch das an. Wie geil ist denn das? Schön wieder gegriffen vorne im Maulwinkel. Absolut geil. Aber dick sind sie noch nicht. Ja, hier mal ein kleiner Einblick in meinen Angelplatz. Ich bin hier auf dem Privatgrundstück vom Bauern. Eigentlich darf man hier im Naturreservat nicht mit dem Zelt übernachten, aber da es ein Privatgrundstück ist, darf ich das. Es gibt so ein paar kleine Lücken im Gesetz, die kann man auch ganz gerne mal nutzen. Einige von euch haben auch schon mal gesagt, macht doch mal ein paar schöne Drillszenen rein oder füllen wir mal ein bisschen aus Wasser. Und ja, da kann ich euch ganz klar sagen, nein, werde ich nicht tun, weil wer seine Spots preisgibt, hat für mich einfach kein Gehirn. Ja, da sieht Drohnenaufnahmen und so, sehen auch immer ganz toll aus, kann jeder sehen, wo man ist und sowas ist bis jetzt noch nie lange gut gegangen. Dann kommt mir nicht der Ansturm und neben ein paar guten Anglern kommt ein Haufen Katastrophenangler. Und dann gibt es wieder nur noch Verbote, Verbote, Verbote und gesperrte Spots und das wollen wir alle nicht. Deswegen werdet ihr leider bei mir keine Drillszenen oder Bilder mit Wasser sehen. Ist glaube ich aber auch nicht so schlimm. Ja, das war es auch schon wieder mit dem ersten Block zum Saisonstart. Fangt ein paar dicke Fische. Ich wünsche euch ganz viel Spaß in der neuen Saison. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen, ein paar neue Erfahrungen sammeln. Wir haben ein paar geile Fische in der Kamera gehalten und wir freuen uns natürlich immer über ein neues Like und ein neues Abo. Und ja, das soll es jetzt für mich hier gewesen sein. Nächstes Thema muss ich mir noch ausdenken. Ihr könnt aber auch gerne in die Kommentare reinschreiben, was euch so interessiert. Wir gucken dann darüber und suchen uns was Interessantes aus. So, in dem Sinne bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Vielen Dank.